Der US-Wahlkrimi geht in die nächste Runde, beziehungsweise er hört eigentlich gar nicht auf. Es ist noch immer nicht klar, welcher der beiden Kandidaten denn wirklich jetzt US-Präsident wird. Wie geht's weiter? Welche Staaten sind entscheidend? Darüber rede ich mit Erik Frey vom Standard. Hi Erik. Ja, hallo, guten Morgen. Wie schaut's aus momentan? Es ist so, es schaut knapper aus, als es Demokraten erhofft haben. Sie haben gedacht, vielleicht schaffen sie eine Art von Erdrutschsieg, der wirklich am Abend des Wahltages schon entschieden ist, schon klar ist. Dazu ist es nicht gekommen. Trump schlägt sich besser, als viele gedacht haben. Das heißt nicht, dass er gewinnen wird. Seine Chancen sind höher, als ihm vorher zugeordnet wurde. Er ist noch immer, bleibt Biden Favorit. Biden hat mehr Möglichkeiten, aufgrund der verschiedenen Bundesstaaten diese Wahl zu gewinnen. Aber man muss sagen zu Trump, alle Achtung, ein toller Wahlkämpfer. Auch wenn er das, was er zu sagen hat, eigentlich nur gelogen ist. Und wenn er nur, praktisch nur böse Stimmung gegen seine Feinde machen kann. In vielen, in einigen Teilen des Landes hat es gewirkt. Und die Republikaner haben sich auch, und das ist auch ganz interessant, doch geschlossener hinter ihren Präsidenten gestellt, als es manche vorher gedacht hatten. Gab es bis dazu irgendwelche Überraschungen bei den Ergebnissen, die man jetzt schon weiß? Ja, also die größte Überraschung ist nicht nur, dass Trump Florida gewonnen hat, sondern dass er es auch klar gewonnen hat. Und vor allem hat er es dort gewonnen mit einer wachsenden Unterstützung bei Latino-Wählern. Hier vor allem bei den Exil-Kubanern, aber auch Venezuelanern. Und sogar Wählern, die aus Puerto Rico stammen. Damit hat man so nicht gerechnet. Da hat Biden gegenüber Hillary Clinton von 2016 am Boden verloren. Und deswegen hat auch Trump hier Florida klar gewonnen. Was man aber sagen muss, Florida ist ein besonderer Staat. Der sagt noch aus Grund seiner Demokratie noch nicht so viel aus über andere Teile des Landes, vor allem über den mittleren Westen, wo sich die Wahl am Ende entscheiden wird. Bleiben wir noch kurz in Florida. War sich Joe Biden vielleicht ein bisschen zu sicher, dass er die Latino und die Stimmen vor allem der schwarzen Bevölkerung inne hat? Naja, die Stimmen der Schwarzen hat er ja auf jeden Fall. Die Frage ist, in welchem Umfang die auch zur Wahl gegangen sind. Bei den Latinos hat man schon längere Zeit gewusst, dass er ein Problem hat. Das war nichts Neues. Nur, es ist dann sehr schwer, das umzudrehen. Weil nur hinzugehen und zu sagen, ich bin auf eurer Seite, reicht nicht aus. Was bei diesen Latinos gewirkt hat, und da muss man sagen, Kubaner, Venezuelaner vor allem, war diese ständige Warnung von Donald Trump vor Biden, du bist ein Sozialist, du wirst unser Land in eine Art zweites Kuba, zweites Venezuela verwandeln. Ein völliger Unsinn, aber es hat bei diesen Wählergruppen gewirkt. Und da hat Trump einfach viel mehr Unterstützung bekommen, als man gedacht hätte, dass es aufgrund seiner Einwanderungspolitik bekommt. Man darf nur nicht vergessen, die Latinos in den USA, die sind schon drinnen. Denen ist es nicht so wichtig, ob weitere Einwanderer kommen können. Und die kämen ja vor allem aus Mittelamerika und aus Mexiko. Und da gibt es ja auch große Unterschiede in dieser Gruppe der Latinos. Man darf die nicht als eine Einheit sehen. Jetzt sagst du, die Demografie Floridas ist nicht wirklich außergekräftig auf die Staaten, auf die es jetzt ankommt, im Mittleren Westen. Welche sind das genau? Und ist das auch eine Überraschung, dass es jetzt auf diese Staaten ankommt? Ja, naja, es ist keine Überraschung, aber es ist vielleicht etwas knapper, als man dachte. Es geht hier um drei Bundesstaaten. Es geht um Wisconsin, es geht um Michigan und Pennsylvania. Das war die berühmte blaue Mauer, wo Hillary Clinton 2016 gedacht hat, die hält auf jeden Fall. Sie hat diese Staaten vernachlässigt. Und die muss Biden zurückgewinnen. Beziehungsweise er muss zumindest zwei von den dreien zurückgewinnen. Das Problem ist, dort werden die Stimmen erst sehr langsam ausgezählt. Vor allem die Wahlkarten werden langsam ausgezählt. Und im Moment führt Trump in allen drei Staaten, aufgrund der Auszählung von den Leuten, die wirklich am Wahltag hingegangen sind. Und da vor allem in den ländlichen Gebieten, in den städtischen Bezirken, wo die Demokraten voran sind, die werden auch langsamer ausgezählt. Also im Moment eine deutliche Führung. Aber alle Experten sagen, das hat noch nichts zu sagen. Wir können von dieser frühen Führung noch nicht sehr viel schließen. Also tatsächlich, es geht jetzt um diese drei Staaten und da ist das Rennen noch komplett offen. Also man kann ruhig sagen, es ist offen. Trump schlägt sich vielleicht besser als gedacht. Aber es gibt auch einzelne Bezirksergebnisse, die sagen, ja, also Biden bekommt diese Ergebnisse, die er braucht. Ein anderer Staat, der Biden sehr viel helfen wird, ist Arizona. Jahrzehntelang immer rein republikanisch. Diesmal hat man gedacht, Biden kann es gut gewinnen, weil sich dort die Demografie geändert hat. Biden hat ihn de facto gewonnen oder es hat eine klare Führung. Und das Spannende ist mit Arizona, was Trump 2016 gewonnen hat, und einigen ganz kleinen Kongressbezirken in zwei Bundesstaaten, die nicht ihre Wahlmänner in einem verteilen, sondern sagen, wir teilen es auf in unsere Kongressbezirke, das ist Nebraska und Maine. Wenn er dort in zwei dieser Bezirke gewinnt, kommt er auch schon allein auf 271 Stimmen oder 270 Stimmen, wie viel er braucht, wenn er nur einen von diesen drei Staaten im mittleren Westen gewinnt. Also Biden hat mehr Möglichkeiten, aber Trumps Chancen stehen jetzt sicher besser, als man es vor wenigen Tagen noch gedacht hat. Haben sich die Kandidaten zu den vorläufigen Ergebnissen schon geäußert? Gibt es schon irgendwelche Reaktionen? Naja, Donald Trump hat dann das gemacht, was man erwartet hat, hat begonnen zu twittern. Und die Botschaft auf Twitter war genau das, ein bisschen das Drehbuch, mit dem sehr viele gerechnet haben. Die Botschaft ist, wir haben ganz groß gewonnen und die Demokraten versuchen, uns den Wahlsieg zu stehlen. Trump bezieht sich hier auf diesen Vorsprung im mittleren Westen, an den jetzt ausgezählten Stimmen, die nichts zu sagen haben, aber er erklärt sich damit zum Wahlsieger und versucht, jede weitere Veränderung des Wahlergebnisses aufgrund der Auszählung weiterer Stimmen zu delegitimieren. Glaubst du wirklich, er wird sich offiziell als Sieger erklären? Naja, es ist schwer zu sagen, was Trump offiziell macht und was er nicht offiziell macht. Man kann offiziell seine Niederlage eingestehen, aber auch das hat nichts zu bedeuten. Im Jahr 2000 hat Al Gore zuerst zugegeben, er hat verloren und hat dann, als er sich gezeigt hat, dass das Wahlergebnis in Florida viel knapper war als gedacht, das wieder zurückgezogen. Also es gibt nicht den Moment des offiziellen Ergebnisses, aber es gibt die Botschaft nach außen und vor allem die Botschaft an die eigenen Wähler. Und die lautet bereits von Trump, ich bin der Wahlsieger, alles andere ist Wahlbetrug. Und das ist genau das Szenario, vor dem sich eigentlich viele seit Monaten gefürchtet haben. Wie schaut es denn jetzt aus, wenn wir tatsächlich die Resultate, die wir jetzt schon mit einer gewissen Sicherheit prognostizieren oder wirklich da haben, anschauen und den Umfragen, die im Vorfeld rauskamen, inwiefern decken sich die beide? Liegen die teilweise auch so katastrophal daneben wie 2016 oder ist das schon ein bisschen näher an der tatsächlichen Realität? 2016 lagen die Umfragen gar nicht so schlecht. Jede Umfrage hat eine Schwankungsbreite und eine Unsicherheit. Und 2016 war in dieser Schwankungsbreite, ist in mehreren wichtigen Bundesstaaten, hat jeweils Trump besser abgeschnitten als erwartet. Auch diesmal scheint er besser abzuschneiden. Nate Silver, der große Umfragen-Guru, hat jetzt getwittert, die bisherigen Ergebnisse liegen zwischen Clinton 2016 und den heutigen letzten Umfragen. Das heißt, Trump ist genau irgendwo dazwischen. Das Ergebnis in Florida ist überraschend anders, als man gedacht hat. Das Ergebnis anderswo, das lässt sich noch nicht so genau sagen. Und wann glaubst du, haben wir dann tatsächlich einen Sieger? Wann haben wir ein endgültiges Ergebnis? Also ein endgültiges Ergebnis, dass das offiziell den Stempel hat, ist irgendwann, wird das erst am 6. Dezember, glaube ich, ist der Stichtag. Also das wird noch, das offizielle Endgültige wird dauern. Ich glaube, dass wir innerhalb von zwei oder drei Tagen ein Ergebnis haben, das die große Mehrheit der Amerikaner als legitim ansehen wird. Das ist dann, wenn Michigan, Wisconsin und vor allem Pennsylvania ausgezählt ist. Und Pennsylvania wird lange dauern. Wobei, wenn Biden, die anderen beiden Bundesstaaten gewinnt, das dürfte schneller gehen, dann braucht er Pennsylvania nicht. Aber so wie ich das sehe, wird es möglicherweise, den Moment, wo wirklich beide Kandidaten das Wahlergebnis akzeptieren, könnte noch lange dauern. Und es könnte auch sein, dass es nie wirklich kommt. Danke, Erik, für deine Einschätzung und für einen Einblick in diese US-Wahl. Sehr gerne. Bis ein Sieger also wirklich feststeht, wird es noch ein bisschen dauern. Es kommt jetzt noch im Endeffekt auf drei Starten an. Wir berichten natürlich weiter, wie die ganze Sache ausgehen wird.